Sie sehen hier die XP40-44-Familie, ein hochfluriertes Dichtungskompound für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Pharma- und Chemieanwendungen. Das Besondere daran sind die überragenden chemischen und thermischen Beständigkeitswerte, ein Universalwerkstoff für nahezu alle Anwendungen und alle Dichtungstypen. Somit ist die XP-Familie die wirtschaftliche Alternative zu FFKM-Werkstoffen für anspruchsvolle Anwendungen, welche höhere Beständigkeiten als EBDM, FKM oder klassische Silikone erfordern. Mein Name ist Jürgen Friedl, Head of Salesforce Freudenberg Process Sales.